wie heute richtig intelligent die Goldkiste nehmen wir mit jetzt und geben sie auch gleich, hauen sie auch gleich raus, in der Hoffnung dass da der Geheimraum ist Yay, hab geklappt. Oh, na toll, ne Slot Machine Stell dich hin und stopp, Slot Machine Slot Machine Oh Gott, nein Nein, mit Tränen war ich nicht weit genug Komm, komm, komm Come on Wir gehen gleich mal zum Boss No, es ist Stell dich deinem Tod Nein, ich bleibe beim Liberty Cap und geh zum Boss Es ist Fistula Fistula Oh Gott Losfliegen Macht was ihr tut, was ihr nicht lassen könnt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott, ich hab einen großen Fehler gemacht Einen riesengroßen Böse fliegen Aber alle Aber alle Down, was sie nicht down machen können Und wir haben das Health wieder voll Sehr schön Oh Gott, war das knapp Und Glubschi Zwei Sound Hearts und Tears Und runter Und runter Jaja, so kann das gehen Aber ihr habt das genau gesehen in den letzten Sessions, ja Ich habe die Challenge Challenge mit SCH Challenge eigentlich gepackt Nur irgendwie Gemeint der mich Verarschen zu müssen So wie das hier gerade Au Kommt schon Oh Mann Ich hasse diese misten Viecher Genau Genau Immer schön hinten Hinterkopf Ah Mein Gott Jetzt Stirb halt Danke Mist Ich bin so laut verloren wegen diesem blöden Mist Ja Ja, fliegen Wenn ihr dagegen fliegt Bringt das Gar nichts Meine Güte Oh nein Eine Goldruhe und ich komme nicht dran Geld Geld Ich hasse schön und gut Aber das bringt mich gerade Hat sich ja schon geteilt Hab ich ja gar nicht mitgekriegt Stopp Lasse deine sterbliche Gile Sterbliche Gile zurück Und stirb Einen Grausamen Tod Hallo Stirbst du jetzt Bitte mal einen Grausamen Vorhergesagten Alter Dann halt erstes Feindchen da So, einer weg Nummer 2 Kommt da gleich um die Ecke Ist auch tot Der Red Patch Nein So, erst mal den da Und seine Ausgeburten Und den da und seine Ausgeburten Und den da und seine Ausgeburten Oh, eine Sackflieger Und jetzt den da und seine Ausgeburten Alles tot Und ich komme trotzdem nicht an das Das ist ja wieder eine tolle Sache Oh Gott Oh Gott Über die Fingerlocken Spikes Bistash Auch alle Ja, kein Problem Eine Bombe Oh mein Gott, ja, damit werde ich mir den blauen Stein da aus dem Weg schaffen Den Hier Ah, nein, da ist der Red Patch Doa Red Patch Hoffentlich reicht das Ne Ach, Scheiße So, was soll's Ich da ganz kurz rein Ich muss mein Leben verlieren Mann Diese blöden Items immer So, kriege ich aber ein Soulhard Kriege ich gleich wieder Ist schon wieder Soulhard gesagt Soulhard Seelenherz Soul Meine Güte Oh, jetzt muss ich hier wieder aufpassen Jetzt kann ich mal wieder von diesem schleimigen Untergrund da getroffen werden Nein Äh Äh Und rein Was soll's Na, na toll, Loki Ist ja wieder eine wahre Freude heute hier Oh, da ist Loki Uah Das kann ich auch, mein Guter Bäm 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 Hallo, ich port mich. Fliegen jetzt, mach doch mal bitte Schaden. Oh, natürlich. Ich darf mich aber auch noch bewegen, ja? Ist doch jetzt echt nicht dein Ernst. Oh. Ja. Leck mich doch. Arschloch. Oh, Sekunde, ich muss mir mal ganz kurz die Nase schnauben. Ach, so, Entschuldigung. Herz nehmen, Futter nehmen und runter. Ja, ja. Und er hat wieder das Klopapier vergessen. Ist das denn nicht toll? Wir hatten wieder ein halbes Leben, äh, ein Leben mehr. Äh, äh. Pille, hatten wir die schon mal? Nein, da bin ich nicht. Oh, Range Up, sehr schön. Ausnahmsweise mal ne gute Pille. Schlüssel, nehmen wir auch. Bäh. Das war natürlich gut. Keine Probleme für mich. Vielen herzlichen Dank und Geld haben wir gekriegt, ey. Oh, oh, nein. Was ist das? Ich mag euch nicht. Ihr seid böse, kleine Wesen. So. Gibt's da irgendwas für? Nein, natürlich gibt's da nichts für. Äh. Larry Junior, na toll. Bleib einfach hier stehen. Nein, ich bleib doch nicht. Einfach. Da oben war ja noch was. Hab ich ja gar nicht gesehen. Komm schon. Ein Herz. Aha. Eine Leiter für sieben. Nehmen wir mit. Und die Karte nehmen wir sicher zur Wand mit. The Magic hin. Das ist schon mal sehr interessant. Sehr gut. Könnten wir noch gebrauchen. Ähm, aber wir gucken erst mal. Ich brauche jetzt erst mal, ähm, vollkommen. Bäh. Jetzt stirbt. Danke. Bombe. Oh Gott, Gedärme. Oh, na toll. Ich muss hier aus der Ecke raus. Ähm. Ach, Mann. Meine Fresse. Entschuldigung. Vielleicht eine Bombe. Äh. Geheimraum, meine ich. Keine Bombe. Wie kann ich denn jetzt bitte für deine Bombe ist? Äh. Bloodbank. Nein. Die hätte ich sprengen sollen. Oh, da hinten ist ganz viel. Ein Arcade-Roof. Scheibenkleister. Das hat mich gerade etwas überrascht. Ich bin fast, wenn du sie willst. Das hat mich wirklich Moniker ejemplo. Ich wollte gehen. KrankCCM kann das nicht COD好ieren. Also, das war die Eckgemeldung. Ich weiß, was nombre quer. Ich sehe mich gerade. Ich hab dich auch gerüstet. Nicht meine Lieblingstjukkel. Es geht um ein Funker. Ich weiß es nicht. Ich habe dich offen understand. độgerbeших gesät. Ist es eigentlich kein Problem? Komm schon, Shabby, jetzt stirb. Stirb doch einfach. Danke. Mein Herz, na, sehr schön. Oh, nein. Ich weiß schon, ihr wollt mich ärgern. Das könnte aber kämpfen. Oh, natürlich, und ich habe nichts getroffen, gar nichts. Au, au, hallo. Na klar, hab das jetzt. Na toll, ich hasse sowas. Das ist echt nicht fair, ganz ernsthaft. Ich bin gerade wirklich angepisst. Das geht mir gerade tierisch auf dem Senkel. Ganz ehrlich, ja. Toll. Ey, Mörder, geil. Ganz ehrlich, ey. Oh, ich sehe so ein halbes Herz. Oh, wir kriegen ein Herz beim Betrieb aus Arcade-Rooms. Ist das schön. Toll, spielen können wir nur bei dem. Hm, schon das Fliegen-Item, na toll. Hoffentlich finde ich es nicht sehr schön. Das wollte ich es echt nicht finden, weil ich Leben brauche. Ich brauche viel Leben. Oh, blöde Flieger. Oh Mann, ich brauche Leben. Das ist ein Spiel, will mich echt verarschen. Oh, komm. Leck mich doch. Geht doch. Und die kriege ich jetzt bestimmt auch nicht. Mal wetten. Oh, doch. Oh, danke. Ausnahmsweise mal. Oh, ich bin schon tot. Oh, noch mehr Herzen. Bitte, 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 bitte. Ah. Mann. Ich brauche doch einfach... Das war Glück. Und Herzen, bitte. Aha. Hallo. Meine Taste hat gerade geklemmt. Na. Ach, Mann. Gehört Fliegen-Item. Glück gehabt. Na, komm. Ganz viele Bomben, sehr schön, danke. Oh, jetzt habe ich mich angeguckt, was es ist. Weiß ich auch. Oh, ein Herz. Oh, ich bin voll. Nein. Ich wollte das eigentlich nur sprengen, aber na gut. Und weil ich so nett bin, ist das dann noch weg. Okay, auch noch mal ein halbes Herz. Und ich hau mir auch noch weg, was soll's. Du drobst eine Bombe für mich, vielen herzlichen Dank. Das habe ich einfach nur gemacht, weil er mir auf den Sack ging. Oh Gott. Huch. Warum zur Hölle ist meine Fliege da gerade gegen geflogen? Fliege. Au. Wo ist die gerade? Wo sind die Fliege gerade hingefroren? Betrollbombe. Na klar. Ne, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe halt einen Schlüssel vergeudet. Aber ich weiß ja, wo ich wieder Leben herkriege. Stimmt. Danke. Oh, von hier. Na gut. Ne, oben ganz bestimmt nicht. Unten auch nicht. Oh, da war noch ein Geheimraum mit einem Zwischenboss. Aber egal. wird aufgescheißt. Nur tote Fliegen sind gute Fliegen. Also, zumindest was böse Fliegen angeht. Bossraum. Und es ist natürlich Marm, weil wir ja schon in der Ebene sind, wo wir Marmen kriegen können. Ich lasse das hier hinten zertreten. Nein. Ach, schade. Au. Zertret doch mal den... Ja, natürlich. Was ist sonst zertritt? Ja. Oh. Schade. Au. Mist. Na klar. Ich muss mich nicht mal konzentrieren gerade. Also, ich werde jetzt wenig erzählen und viel konzentrieren. Oh, das ist ja knapp. Nein, ich bin genau reingelaufen. Ich sehe gerade nichts. Danke. Isaac! Isaac! Nein! Ich habe nicht aufgepasst. Oh Gott. Oh nein. So verdammt knapp. Komm schon. Nein! 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 Nein, da kommt ein neues Monster an. Ja. Ja! Nein! 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 Oho, sie ist tot und... Oho. Ach, Menno. Na ja, gut. So sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Binding of Isaac Rathlem. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Tschüss, 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 tsch